So, Farbenwechsel. Das sieht auch schon geil aus, ne? Du bist so schön, mit anzusehen. Gleich kommt wieder, das wird unsere beste Arbeit. Du bist so enttäuschend. Was für ne Prüfung? Ach, die Prüfung. Ich hab sie schon wieder aus... Ach, Mann. Ich hab sie grad schon wieder aus meinen Gedanken verbannt. Ich glaub, ich hab mich schon wieder verlaufen. Nö, doch. Musst du abbiegen. Richtige Richtung? Richtige Richtung. War doch irgendwie so, dass man nen Seitengang runter musste. Ne, das ist ein armer Tropf. Vergessen. Hallo, Lava. Was wenigstens ein armer Barmungsherz. Haha. Wo war denn das? Da lang. Nein. Gott, jetzt sieht alles gleich aus. Kann man doch nirgends lang. Sieht doch dann nur geradeaus und mal... ...irgendwo abbiegen. Du musstest ja irgendwann den scheiß Berg hochklettern. Ich hab den Wegsletzten mal auch schon gesucht, glaube ich. Gehen erstmal geradeaus. Dann kann man nicht viel falsch machen. Außer vielleicht stolpern. Hä, hier ist ein Tor. Ola. Ne, ich hab jetzt keine Lust wieder zu reden. Du sagst eh nur dasselbe. Super, heut. Da sind wir schon. Ich hab jetzt schon keine Lust. Wann hab ich das jemals? Ola, Prüfung. Noch eine Stufe. Eine schwierigere. Ah, wie hätte das gedacht? Oh, aufwärmen klingt gut. Rogen, hinter dir! Rogen! Nicht bereit, du! Rogen! Dann losgehen! Vergesst immer, dass ich rennen kann. Ja, es geht. Die sind zwar Stufe 8, aber es geht. Spiel Golf mit dir. Fünf Jahre später. Okay, wir müssen definitiv die Brunenangriffe mit benutzen. Der von links kann mich mal. Hacksilber. Hacksilber. Ich möchte nur euer Hacksilber. Ich wünschst so sehr, man könnte die Chaos-Kling nehmen. Wegen AOE und so. Genau. Nein. Ich weiß, dass das Ding mal wiederholt ist. So geht's eigentlich. So, aber das bleibt so. Au. Hört nicht zu lang. Oh, der macht natürlich den Charge genau, wenn ich da angreifen will. Renne, renne, renne. Warte. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Och. Wir müssen halt, ne? Wie wir hackt sie bei mir? Vielleicht nicht. 62.000. Dann. Wir haben nicht so viel Leben, aber ist egal. Sei bereit, Junge. Das bin ich. Rechts, da kommen noch mehr. Du kannst noch nicht. Du kannst noch nicht. Du kannst noch nicht. Du kannst noch nicht mehr. Wo kommt denn der? Oh ne, wo ist die Rolle? Gehen! Gehen! Man sieht einfach nichts mehr. 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 Zeitgleich töten ist auch eklisch. Aber es ist machbar. Bisschen Taktik. Vielleicht ein ganz kleines bisschen. Und viel Glück. Verprüfung 1 von 6. Yay. Angst. Also niemand lebt hier, oder? Nur ein Feuerriese könnte hier leben. Der Prophezeiung nach werden wir die erst zu Ragnaröck wiedersehen. Das ist aber nett, dass die Portale aufstellen. Ach schön. Mit ein bisschen Lava. Warum nicht, ne? Normal. Fünf Minuten überleben. Da sind sie. Können sie hinkriegen. Wer ist wo. Oh, Adrios macht mittlerweile auch ganz gut Damage. Wo. Ich bin Beginning im Short 산, nicht nur nicht die heute Morrison auch. Beschluss Medez cosas. Dasuyor Entsch办. Nur etwas Leidet. Also Newton Agency ausern wird noch nicht symbolism sein. Jawohl oder seid ihr nicht dominieren, Ich touch immer, weil ich Angst habe, dass sie explodieren hinter mir. Oh, nein, ich bin. Das ist eigentlich nur ein Gemetzel. Der Stun von ihm ist so eklig da. Äh, zu langsam. Chaos. Chaos. Entend mir? Weckschmeißer, komm her. Ja, kann nicht. Oh mein Gott. Ah! Ich hab 30 Sekunden! Hund an der Leine! So, komm schon! Ziel! Oh, die Musik ist cool! Und geschafft! Wenn es nicht immer was von hinten kommt, ist geil! Will ich! Wenn es da Stufe 3 Einheiten bleiben würden, wäre es auch schön, aber... Nee! Jetzt kommt erst wieder der richtige Kack! Hallo, Schwert! In Wahrheit ist das eigentlich Excalibur. Für Riesen! Oh, wir müssen Gegner daumen dorsten, weil die... Oh nein! Alter, die sind ja unsterblich! Was zur Hölle! Die sind unsterblich! Oh, wer hat sich die Kacke ausgedacht? Tschüss! Wenn die runterfallen, ist geil! Oh Gott! Halt auf, euch zu regenerieren, ihr Arschgeigen! Im Nerv! Oh nein! Oh nein! Exekute doch! Teils Hund! Ich bin Katzenmensch! Der ist halt ein Mage und der ist Hacke. Ey, ich hab keinen Überblick mehr. Hä? Ah, Mist. Halt, Schaste. War schlimmer als Wölfe? Ja. Ihr wollt mich aber verarschen. Die kriegt man doch gar nicht tot. Da ist doch Müll. Schmeiß den runter. Ja. Was anderes können wir nicht tanzen. Ich bin bereit. Flieg. Los. Flieg. Und sieg. Flieg. Komm, flieg. Tschüss. Mach's atsche. Gut geflogen. Oh ne, ne Mischung. Ich seh nichts mehr. Ah, die Prüfungen sind so schön. Oh Gott, stirbt einfach. Oh ne, ne Mischung. Oh ne, ne. Das war ein Eistrieger. Das war ein Eistrieger. Ohne. 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 Nein. Ohne. Shock. Ach. 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 Ich drück einfach nur noch Tasten und versuch, die Kombis halbwegs hinzukriegen. Oh, wie viele sind denn das noch? Dankeschön. Oh, Alter, wer hat sich denn das ausgedacht? Die Düngere generieren sich ja mal mega heftig. Kann ich das auch? Ich würde das auch können. Das wäre voll cool. Da wäre ein Balküren mega easy. Solange sie es nicht auch können. Ach, ja. Next stage. Mir tut jetzt schon der arme Controller leid. Uh, nur ein Tor. Das wäre was cooles. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich das Mentalis. Oh, spätestens vor der Euküre muss ich mir noch eine Tastatee kochen gehen. Oh. Das ist ein bisschen random. Ich atme nichts als Asche. Zumindest bekommst du sie nicht gleich in den Hals. Ja, zum Glück. Ja, jetzt haben wir zwei hier schon fertig. Oh, wow. Ein Lavawasserfall. Ein Lavawasserfall. Ja, kein bisschen Furchteinflüsse. Ein Lavawasserfall. Da gibt es gar keinen Sinn. Das wäre so ein halber Magma-Wasserfall. Aber es ist ja bestimmt cool aus. Hola. Hallo, neue Prüfung. Und noch eine kleinere Arena. Was? Da sind wir erst bei der Hälfte. Das ist so demotivierend. Schrecklich. Das ist so demotivierend. Das ist so demotivierend. Das ist so demotivierend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020